NOOOOO! Was?! Imposter! Wir haben einen Imposter! Ich fass es nicht! Ich fick die einfach nicht! Ich fass es einfach! NOOOOO! Kein Trappler! Whirlpool! Das ist nicht mehr schön! Das ist nicht mehr schön! Finde mich! Finde mich! Ah! Hallo! Hallo! Es ist wieder soweit! Yo! Was? Leute! Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem was? Aqualand Impulse! Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen! Für weitere Infos einfach die Beschreibung oder die Infobox abchecken! Wir dürfen heute wieder hier drehen! Wir sind zwar nicht ganz alleine heute im Schwimmbad, aber wir dürfen und werden heute wieder ein Verstecken spielen! Ja, werden wir! Wir sind gerade hier im Kinderland, aber wie ihr sehen könnt, das ganze Schwimmbad steht uns zur Verfügung! Und ich werde euch als erstes suchen! Ihr dürft euch jetzt verstecken! Hallo Lena! Du gehst jetzt nicht zu deinem Spiegelbild! Das war gemein! So, hier dürft ihr euch jetzt erstmal verstecken! Okay! Die Regeln sind auch wieder ganz einfach! Fünf Minuten darf ich jetzt suchen! Jeder wird heute einmal suchen! Plus eins! Das heißt, der Schlechteste oder die Schlechteste im Suchen darf noch einen Versuch starten! Let's go! Das ist mein Kind! Oh! Eigentlich musst du dich halt da verstecken! Eigentlich ja! Eigentlich ja! Aber wo geh ich jetzt hin? Bester Disney Film ever! Ich will eigentlich nicht da hin! You agree? Diese Rutsche, ne? Also die kenne ich auch noch! Also die gibt es gefühlt überall! Aber schön, dass es die im Aqualand hier in Köln auch gibt! Also wie gesagt, für weitere Infos gerne die Infobox abchecken! Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen! Und wo haben sich wohl Dania und Lena versteckt? Ich habe dann ja schon ein bisschen gesehen, also vielleicht sollte ich gar nicht da hingucken, aber ich warte mal ab! So! Wir warten jetzt erstmal! Wir sind heute um 4 Uhr aufgestanden und ich weiß nicht, ob ich das packe, und mich jetzt direkt schon ins kühle Nass zustößt! Oh Gott! Wie habe ich die Pflanze da attackiert? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo habe ich mich wieder reingequetscht? Hier ist ein bisschen was frei! Uh! Guckt mal! König der Löw! Sag noch Mufasa! Wow! Ich bin im Paradies! Ich habe auch eigentlich eine ganz gute Übersicht, hoffe ich zumindest, über das Geschehen. Ich glaube, er zählt noch dort. Ich kann mich nicht noch kleiner machen! Ich bin schon so klein! Ach ja, eine wichtige Info! Sonst ist es natürlich nicht erlaubt, hier im Schwimmbad zu filmen. Der steht auch hier im Eingang sozusagen auch in verschiedenen Bereichen, aber wir dürfen jetzt mit dieser außerordentlichen Drehgenehmigung, dürfen wir jetzt hier filmen. So, let's go! Ich suche jetzt mal Lena und Daniel. So! Okay, aber jetzt ist es ja schon wirklich lange. Also, wie viel Zeit braucht der denn? Ah, jetzt geht es los! Jetzt geht er los! Du, 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 du! Oh, wer schon sucht! Hier sind sie schon mal nüch? So ein grünseliges Dach! Voll cool! Ich fühl mich ein bisschen... Voll schön so! Wenn man da so sieht, wie die Wolken vorbeiziehen. Richtig schick! So, wo ist Sanja? Wo ist Sanja? Wo ist Sanja? Wo ist Sanja? Ist sie vielleicht rausgeschwommen? Oh, jetzt muss ich hier durchschwimmen! Mann! Ich hoffe, hier jemand ist draußen, ehrlich! Ich kriege hier noch zu viel! Mann, macht man! Ein Bein fließender Bein! Ist kaputt! Oh, wo sind die denn? Also ich glaube, hier draußen ist keiner! Ich habe schon voll viele Minuten verloren! Was ist euer Lieblings-Disney-Movie? König der Löwen? König der Löwen? König der Löwen? Es ist König der Löwen! Ich weiß doch gar nicht, wie lange er Zeit hat zum Sonnen überhaupt! Hier muss doch bestimmt jemand sein! Was?! Hier auch nicht?! Hä?! Ah, die Schlange! Ich setze mich hier hin! Eine Minute haben sie Zeit! Äh, Dania, nimmst du wieder das Kleinstrum? Nein, ich nehme nicht das Kleinstrum! Ja, ich bin doch nicht langweilig! Okay, wie wär's mal, wenn du dich auch im Wasser versteckst? Wir sind hier im Schwimmbad, ne? Ja, versteck du dich doch im Wasser, Alter! Mach dich! Ich mach das sogar in richtig... Ich mach das in diesen Therapiebecken und das wird gleich so los! Beeil dich! Therapiebecken? Oh, ich will auch ins Therapiebecken! Ich will auch ins Therapiebecken! Wo ist denn hier ein Therapiebecken? Hier, guck mal! Ein Sauerstofftherapiebecken! Sauerstofftherapiebecken? Ich hab Asthma, ich brauch Sauerstoff und Therapie brauch ich auch Es ist richtig heiß! Es ist doch richtig heiß hier! Guck mal! Ooooooh! Oh, ich soll jetzt nicht fahren, das ist! Okay, komm, komm, gegen die Ecke, Mann! Oh, meine Haare! Ich hab noch gar nicht meine Links aufgesetzt! Das muss ich nicht machen! Stell doch die Kamera da nicht hin, Mann! So! Oma, Daniela ist wieder da! Boah, ich will doch hier direkt hochlaufen! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Aufgepasst, ich komme! So! Fünf Minuten Zeit! Das Gute ist, Kahn ist schon wieder so leuchtend! So, gucken wir mal hier! Nini! Nein! Das ist nicht meine Schuld! Nein! Ihr beide? Ihr beide? Mann! Warum hast du dich hier verstanden? Warum bist du auch erst hier gekommen? Hier ist ein Imposter gewesen! Nein! Was? Ihr wurdet verraten! Es tut mir leid! Problem! Nein! Nein! Es tut mir leid! Ich habe nichts dafür! Was? Imposter! Wir haben einen Imposter! Ich fasse es nicht! Wir haben einen Imposter! Ich fasse es nicht! Okay, ja gut! Damit hast du zwei Punkte! Damit entfällt natürlich dein Glück, ein zweites Mal suchen zu dürfen, ne? Weil der Schlechteste oder die Schlechteste darf noch einmal suchen heute! Okay! 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 Sehr schön! Ja! Also ich hoffe, Daniel, du kannst gleich ausgleichen, weil, falls du mich jetzt nicht finde, gebe ich das Recht schon ab und du darfst noch mal suchen! Huh? Ich habe gewusst! Ja! Das tust du öfters! Okay! Dann kannst du direkt hier warten und wir verstecken uns! Let's go! Lena, deine Haare sind noch voll trocken! Ja! Meine sind da! Okay! Bitte nicht am gleichen Ort jetzt verstecken! Nein, um Gottes Willen! Hau ab! Nein! Da gehe ich jetzt hin! Hier lang! Hier lang! Ich stehe ganz weit weg! Das ist meine Strategie! Ganz weit weg! Darunter verstecke ich mich, ne? Okay! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich habe nicht mehr viel Zeit! Nee! Das war's! Zeig es um! Ey, das ist kein gutes Versteck! Also, Daniel, wenn du mich nicht findest, es tut mir leid, das ist kein gutes Versteck! Ich hatte keine Zeit! Ist sie hier? Ich hoffe nicht! Ich hoffe nicht! Aber für den Imposter konnte ich wirklich nichts! Ein Imposter! Hier! Im Schwimmbad! Das ist so ein schlechtes Versteck! Oh! Aber eine Minute nur Zeit, um sich zu verstecken! Das ist sehr, sehr knapp berechnet! Und ich will hier nicht rennen! Der Boden ist hier etwas rutschig! Ich wag mich mal heraus! Aber ich sehe dann ja nicht! Das ist ziemlich gut! Also, ich bin hier komplett gerade alleine! Das gute Balkan ist halt, der trägt Signalfarben! Och, aber mir ist jetzt kalt, weil ich jetzt im Wasser war! Och, hier ist es auch schön warm! Ich darf am Anfang nicht immer in diesem warmen Becken gehen! Danach bin ich immer komplett ausgenockt! Äh... Ich gehe jetzt nicht hier lang! Okay, hier ist so ein bisschen Dschungelflair! Ja? Probier's mal! Mit Gemütlichkeit! Mit Ruhe und Gemütlichkeit! Und schmeiß die wilden Sorten über Bogen! Okay, Daniel ist ganz weiter hinten! Also, sie ist da hinten irgendwo! Ich glaube nicht, dass sie die finden wird! Also, ich glaube nicht! Ich glaube nicht! Das gibt's doch nicht! Ja, wir sind heute mal nicht ganz alleine hier! Ey, ich fick die einfach nicht! Wo sind die denn? Wenn ich jetzt mal hier hoch! Vielleicht hat sich ja irgendjemand meinte, dass sie liegt! Ich war ja letztes Mal hier! Okay, aber da ist keiner! Aber von hier oben hat man eigentlich einen ganz guten Überblick! Aber ich habe keinen guten Überblick, weil ich habe meine Brille nicht auf! Es bricht sich auch nirgends irgendwas oder irgendwer! Ich will jetzt nicht so schlecht abschneiden! Lena, haben uns gerade beide gefunden! Das heißt, ich muss jetzt... Haha! Mindestens eine Person finden! Nein! Bitte! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Es ist kein gutes Versteck! Bitte! Okay, jetzt muss ich noch Karten finden! Du gibst wahrscheinlich auch keinen Tipp, Lena, ne? Nee, aber der leuchtet doch so gut! Komm! Ja, der leuchtet! Ja, eigentlich schon! Also eigentlich habe ich das auch gedacht! Aber der hat sich gut versteckt! Vielleicht ist er einfach abgehauen aus dem Bad! Vielleicht ist er einfach gegangen! Hier vielleicht! Oh Gott, ist das kalt hier! Hilfe! Ich hoffe nicht, dass er sich hier versteckt hat! Nee, nee! Der hat sich hier nicht versteckt! Kann gar nicht sein! Nee, nee! Es ist so kalt hier! Hier kann sich gar nicht versteckt haben! Ist das noch Zeit? Äh, nee! Okay! Zeit ist um gerade! Wenn die Zeit um ist, soll ich es dir sagen? Ja, Zeit ist um! Dreh dich um! Den Tipp gebe ich dir! Dreh dich um! Und hier ganz in der Nähe! Das ist nicht mehr umdrehen! Da! Ja! Es ist heiß! Es ist immer warm! So! Warm! Los! Was denn? Warm! Warm! Oh! Warm! Langsam! Viel zu warm! Uh! Heiß! Langsam heiß! Hä? Bist du dumm? Heiß! Oh mein Gott! Hängt der da? Nee! Der hängt da nicht bei den Reifen! Die Zeit ist auch um! Ja! Die Zeit ist auch um! Oh! Zum Glück! Also! Hast du Lena gefunden? Ja, Lena habe ich gefunden! Das heißt, du darfste jetzt noch mal eine Runde spielen! Achja, jetzt nicht der Schlechteste, ne?? Nooo! Es ist so viel zu erwarten! OK! Dann Crawl nochmal! Und schwimmen, schwimmen, schwennen, schwimmen.... Gehe! Kaltfache! Warm H flipped tantrowang! Wenn der mich jetzt wirklich nicht findet, dann lach ich. Komm, das ist jetzt auch nicht mal so weit von ihm entfernt. Ich würde so lachen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, ich sehe Daniel. Ich sehe das schon mal. Ich sehe das. Ich sehe das schon mal hier. Oh, das ist so gut. Die Minute ist auch so langsam um. Und jetzt schaue ich mal, in welchem Becken die anderen sind. So, let's go. Jetzt kann ich... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht sie da? Daniel, du sollst dich verstecken. Das ist nicht mehr schön. Finde mich. Finde mich. Bitte, bitte. Wir haben uns schon längst versteckt. Oh, Danja. Komm, ich gebe dir jetzt noch mal... Hast du deine Kamera dabei? Hol deine Kamera. Ey, du bist... Ich habe auf euch gewartet. Oma Danja. Für dich zählt das jetzt sozusagen ab jetzt. Du darfst dich verstecken. Ich gehe mal in die andere Richtung, okay? Du musst dich also hier irgendwo verstecken. Okay, na gut. So, bitteschön. Ehrlich. Ehrlich. Danja wartet einfach da. Und ich denke, auf was wartest du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, sag mal. Geht's euch eigentlich gut? Lena? Hä? Was sind das für Verstecke? Ich kann raus. Ich kann raus. Das ist mir egal. Es ist mir sowieso schon egal. Ich kann wieder raus. Oh mein Gott. Ich brauche warmes Wasser. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du warst im Kaltwasser whirlpool. Was? Das will ich testen. Zumindest habe ich dich gefunden. Aber es war auch kein Okay verschreck think da. resting mal den kalt tricks. Ah, oh das muss ich fehlen. Oh das muss ich mir annehmen. Etwas. Und ansitzen. Setzen. Hinsitzen. Etwas ich. Besser, mein Gott. Ich hab's da ausgehalten. Ich spiel auch hier gegen die Zeit. Das ist ja auch klar, Madame. Hast du schon alle gefunden? Ja, Daniel stand einfach da vorne gerade. Was hast du gefragt? Ja, sie stand und hat auf uns gewartet. Denk ich mir auch manchmal. Du kannst schon mal nach da vorne. Oder im Wasser, was auch immer. Was ist denn hier jetzt los? Ich hab mich gefunden. Ich muss Daniel aber, sie durfte sich noch mal verstecken. Wo nicht? Oh, es ist warm. Richtig schön warm. Ich hab das voll verpeilt. Ich dachte, wir treffen uns halt. Wir treffen uns wieder bei dem Kinderbecken. Aber die haben wir anders angefangen zu zählen. Oh nein. Hallo. Oh. Wir haben hier so viele Tiere. Was hält mir ein? Als König wär ich super stark. Ich hab dich. 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 Sehen, als hättest du einen Geist gesehen. Ja, Leute. Also. Das war das Halterstieg hier im Aqualand. Im Aqualand in Köln. Und, äh, vielen Dank dafür, dass wir uns mit dir drehen dürfen. Und vielen Dank, dass ich jetzt euch beide gefunden habe. Aber ich glaube, du hast das Schlimmere versteckt. Weil sie war im kalten Becken. Das ist so krass, ne? Ja, Leute. Das war, äh, ein Video hier aus dem Aqualand in Köln. Hier lang noch hier drehen wir uns noch. Und für weitere Videos. Am besten mal zu der Dame. Und vielleicht kommt auch morgen noch ein weiteres Video hier. Und auch bei Danja vielleicht. Wer weiß. Also hier gibt's ja auch viele Rutschen. Rutschen! Ich muss mal rutschen gehen. Tschö.